Solingen war einst die Stadt, die für das Messermacherhandwerk stand. Bedingt durch die Erzvorkommen und die vorhandene Wasserkraft wurden schon im 12. und 13. Jahrhundert Schwerter geschmiedet. Über die Waffen kam man später zu Messern und Bestecken. Und so wurden in unzähligen Kotten und kleinen Handwerksbetrieben Arbeiten rund um das Schmieden, Härten oder Schleifen ausgeführt. Im Zuge der immer weiter schreitenden maschinellen Fertigung sind nur noch wenige Unternehmen übrig geblieben, die nicht nur um der Tradition willen viele Arbeitsschritte noch manuell ausführen. Eines davon ist die Messermanufaktur Robert Herder mit ihren Windmühlenmessern. Bei uns hat ein kleines Gemüsemesser ungefähr 67 Handgriffe. Das sind circa 70 Prozent Handfertigung, die restlichen 30 Prozent sind Pressenarbeiten oder Vorschliffarbeiten, die mit Maschinenkraft geschehen. Wir halten es eigentlich damit, dass wir sagen, die Arbeiten, die man besser mit einer Maschine machen kann, weil präziser. Das sind zum Beispiel Fräsarbeiten und Bohrarbeiten bei den Griffen. Das machen wir mit der Maschine. Aber die Arbeiten, wo es ganz besonders darauf ankommt, dass es sehr fein ist und wo wir der Überzeugung sind, die menschliche Hand macht es besser, da gehen wir in die Handarbeit. Und das betrifft beispielsweise das Schleifen bzw. das Pliesten, also das Feinschleifen, womit wir eben die feinen Ausschleifungen der Klingen machen. Und wir arbeiten immer noch einen sehr traditionellen Schliff aus, nämlich den Solinger Dünnschliff. Das ist eine alte Schleiftradition in Solingen, die aber im Zuge der Automatisierung und der großen Mengen, die man gefertigt hat, speziell in der Nachkriegszeit und noch bis in die 80er Jahre hinein eigentlich Vorderhand genommen hat und somit doch überwiegend eben die Manufakturarbeit, also die handwerklichen Arbeiten verdrängt hat. Aber wir haben eben eine besondere Beziehung dazu, weil wir meinen, ein Messer muss einfach scharf sein und es muss leicht nachschärfbar sein. Und das geht mit dem Solinger Dünnschliff sehr viel einfacher, als wenn Sie ein Messer zu massiv schleifen. Wichtig bei der manuellen Bearbeitung von Messern ist die handwerkliche Ausbildung. Der sogenannte Ausbildungsberuf des Teilezurichters war Ende des 20. Jahrhunderts fast ausgestorben. Und so entschloss man sich bei Robert Herder, diesen Ausbildungszweig wieder aufleben zu lassen. Wir wollten eben nicht diese große Automatisierungsmaschinerie hier installieren, sondern wir wollten weiter wirklich ganz nah am Messer, ganz nah am Produkt und seiner Funktion arbeiten. Und deswegen haben wir bereits Anfang der 90er Jahre versucht, die alten Berufe hier irgendwie wieder zum Leben zu bringen. Das war sehr schwierig, weil das anfangs niemanden interessiert hat, obwohl wir eine hohe Jugendarbeitslosigkeit hier hatten und sicherlich einige hätten beschäftigen können. Das gelang erst dann Ende der 90er Jahre, also 97, 98 mit Hilfe der IHK und auch verschiedener Firmen, die ebenfalls Bedarf anmeldeten, sodass wir so eine Art Konglomerat bilden konnten, um eben die hiesigen Entscheidungsstellen zu überzeugen. Mittlerweile gibt es eine Verbundausbildung als Schneidwerkzeugmechaniker, bei der die Arbeitsschritte rund um Holz- und Metallbearbeitung gelehrt werden. Ich bin der Öskan Kocit, komme aus Solingen, bin auch in Solingen geboren und ich arbeite seit 2009 hier, am 3.6. Ich habe mit einer Ausbildung angefangen als Besteckschleifer und ich bin hier, weil mein Bruder mir gesagt hat, komm mach mal ein Praktikum hier. Der arbeitet schon mittlerweile seit neun Jahren hier und ja, durch meinen Bruder bin ich auch hier tätig geworden. Der traditionelle Dünnschliff im Hause Robert Herder ist das Markenzeichen. Die Messer sind scharf und benutzt man sie richtig, bleiben sie es auch. Sogar über Jahrzehnte.